Siehst du die? Oh mein Gott komm raus. Der alle am Stein. Pik as fuck. Out knocked, out knocked. Der hintere. Das ist risky as fuck. Sag's mal so. Der ist am Stein, der ist am Stein. Ober am Stein. Oh das sind beide. Okay. Sind beide tot? Okay, gut job. Loot. Ja Digga. Komm halt. Ja bei mir kommt ein Lichter. Oder sowas. Ja ich musste grad zwei Kills machen. Ja dann komm schnell hier runter. Nee bei dem Buggy dahin. Mhm. Kann auch schneller da mitnehmen, ha? Ja 8x mega nice. Out knocked. Und jetzt den rechten noch. Dann hast du Double Kill. Das raucht. Oh Mann. Das raucht. Ein Schuss da drauf. Ja easy break. Digga du hast noch mal. Ich hab das Gefühl, dass ich hier noch was machen muss. Da kannst du ja nicht drüber schießen. Da kommen nur so Schatten und Blechgeräusche. Ich hab das auch X ge. Bei der rechts. Okay. Digga einfach die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Easy. Alter Digga du. Alter Digga du. Find ich eben. Mach den Rest. Das gibt's im Rechtssitz. Oh. Hätte ich machen können. Jetzt komm. Den könnte ich jetzt vielleicht sehen, ne? Hm. Bist ein junger Gott. Ja was. Chillige Hügel. Oh. Ohne am Baum. Der hat noch nen Hit bekommen ja gell. Der hat noch nen Hit bekommen ja gell. Der hat immer wieder vorgelegt. Ich glaub der Drang zu urinieren verhilft dir zu noch. Das ist der 21. Grill. Jetzt hier. Den links. Nicht spürt. Okay. Okay. Digga einfach die Zeit. Gott. Mach den Screech.